Hallo zusammen und willkommen zu einem neuen Power BI Desktop Tutorial. Ja, heute geht es um ein interessantes Thema und das sind Tabellen. Ja, ihr habt richtig gehört. Ich betone selbst immer wieder, Power BI Desktop ist ja eigentlich ein Datenvisualisierungstool. Das heißt, unser Ziel ist es normalerweise eher Balkendiagramme oder Liniendiagramme oder irgendwelche Grafiken darzustellen und nicht notwendigerweise Tabellen. Aber manchmal braucht man die eben doch. Doch, die haben also auch ihre Berechtigung und viele Leute, die mit Microsoft Excel viel gearbeitet haben, die sind natürlich auch Tabellenstrukturen gewöhnt. Und da höre ich immer wieder die Frage, kann ich denn, wenn ich meine Pivot Tabelle mir in Excel anschaue, kann ich das auch so in Power BI abbilden? Und da gab es viele Dinge, wie zum Beispiel kann ich da eine leere Zeile einfügen, um das Ganze ein bisschen abzugrenzen oder kann ich am Anfang der Tabelle den Namen immer wieder wiederholen oder auch wegnehmen und so andere Sachen. So typische Sachen, die man in der Pivot Tabelle einfach formatieren kann von der Tabellenstruktur, aber in Power BI zumindest in der Vergangenheit nicht so einfach umzusetzen wollen. Das hat sich jetzt aber ein kleines Stück geändert und das werde ich jetzt mal zeigen. Mit dem neuen Update können wir nämlich einige zusätzliche Funktionen nutzen, die davor eben nicht verfügbar waren. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Also ich gehe mal in meinen Datensatz, da habe ich eine Bestellungstabelle und in der nehme ich jetzt beispielsweise mal meine Region als ein Element und dann nehme ich zusätzlich noch das Ganze als Matrix formatiert, also hier in der Matrix und jetzt nehme ich weiterhin noch meine Kategorie, ziehe mir das auch in die Zeilen rein und jetzt brauche ich halt hier noch ein paar Kennzahlen. Da gehe ich jetzt mal in meine Measher Tabelle hier oben rein und nehme mal den Gesamtgewinn, den ich mir hier reinziehen kann. und dann brauche ich noch etwas wie zum Beispiel den Gesamtumsatz, den ziehe ich mir auch mal in die M3. So, jetzt habe ich also zwei Kennzahlen und meine Matrix. Ich mache es mal ein bisschen größer, dann sehen wir es besser. Also einmal die, wo sind sie denn? Die Zeilen, Überschriften wollte ich haben, die hier. Ich sage mal hier auf 14 oder so etwas, das sollte groß genug sein und das machen wir für die Werte ebenfalls ein bisschen größer, damit man es besser sehen kann. Okay, jetzt haben wir also unsere Tabelle, in dem Fall ist es eine Matrix, aber das ist ja das gleiche hier. Und wir haben die Möglichkeit, das kennen die meisten schon von Power BI natürlich, dass wir hier auf das Plus klicken können und können dann zum Beispiel hier mal in Amerika reinschauen und sehen dann hier die untergeordnete Ebene. Dasselbe gilt natürlich auch hier für Europa, wir können auch das aufklappen, würden wir das halt für Europa ebenfalls sehen. Ich mache es mal ein bisschen größer und können es natürlich auch wieder zuklappen, wenn wir es wollen. Oder wir nutzen eben entsprechend hier direkt die Pfeile. Ich mache mal jetzt den Drill ab und dann könnten wir auch, wenn wir hier alles aufdrillen, beides zusammen entsprechend öffnen oder auch schließen. Ja, das geht natürlich auch, wenn wir es nicht einzeln machen wollen über die Plus-Symbole. So weit, so gut, das kennen wir ja auch schon. Jetzt haben wir aber neue Möglichkeiten und die schauen wir uns jetzt mal an. Also zum einen, ich mache das mal wieder kleiner hier. Wir haben jetzt hier, so, die neue Möglichkeit hier eine leere Zeile einzufügen. Das heißt, wenn ich da draufklicke, so, jetzt seht ihr hier schon mal eine leere Zeile. Und auch, wenn ich das Ganze jetzt öffne, also wenn wir es zum Beispiel standardmäßig so haben, haben wir jetzt hier neuerdings eine leere Zeile drin. Das war davor so nicht möglich. Also deswegen, das ist ein neues Feature. So, ich nehme es mal raus, ist draußen und jetzt ist es wieder drin. Dass sich einige Leute, mit denen ich zumindest in der Vergangenheit schon gesprochen habe, gewünscht haben, weil sie das halt kannten aus Pivot-Tabellen. In Power BI war es aber nicht verfügbar. Jetzt ist es verfügbar. Also mit dem neuen Update, in dem Fall ist es Mai 2024. Das müsst ihr haben entsprechend. Aber dann könnt ihr entsprechend auch diese Option hier zuschalten. Des Weiteren haben wir noch andere Sachen, und zwar diese Layout- und Stilvorrichtung hier. Wenn ich da mal draufgehe, dann seht ihr hier einmal den Stil, oder Stil, je nachdem. Da gibt es Standard, das sieht jetzt hier auch mit diesen Bändern formatiert aus. Es gibt noch weitere, also zum Beispiel keine, dann haben wir hier überhaupt keine Formatierung, oder auch minimal, dann sieht das so aus, und halt noch andere Geschichten hier. Das wird teilweise richtig wild, also ihr könnt das gerne mal ausprobieren, aber manche davon würde ich zumindest niemals verwenden, aber sie existieren auf jeden Fall da drin. So, so erstmal dafür. Das kannten wir aber auch schon. Was aber nicht bekannt war, war diese Option Layout. Bevor wir uns hier also nichts anschauen, dann noch der Einzug, den gab es davor auch. Ich will nur zeigen, was das ist, wenn ihr euch das fragt. Wenn ich den etwas größer mache, dann seht ihr auch, dass entsprechend hier das Ganze etwas nach rechts verschoben wird. Also hier untergeordnet. Das kann man hier einstellen, wie man das haben möchte, oder auch direkt hier reinschreiben. Je nachdem, dann wird das halt verschieden aussehen. Jetzt aber zur zweiten Neuerung, neben der leeren Zeile hier, das ist das Layout. Und das ist auch etwas, was man von Pivot-Tabellen aus Excel kennt. Aktuell ist hier kompakt eingestellt. Wir könnten aber auch hier drauf gehen und zum Beispiel Gliederung einstellen. Wenn wir da drauf klicken, ihr seht, jetzt hat sich das schon geändert. In diesem Glieder, also das ist eben das Format Gliederung entsprechend. Da können wir dann auch die Zeilenüberschriften in dem Fall wiederholen. Wenn wir das entsprechend auswählen, dann seht ihr hier, jetzt wird Amerika oder eben Europa hier immer wiederholt. Wenn wir es ausstellen, ist das entsprechend eben so abgebildet. Also auch die Funktion können wir uns jetzt entscheiden in eurem Bericht. Was findet ihr besser? Wie möchtet ihr es darstellen? Und die dritte Option, eben neben der Gliederung, ist jetzt eben auch tabellarisch. Wenn ich das anklicke, sieht es nochmal ein bisschen anders aus, wie in der Tabelle nebensprechend. Und auch hier haben wir die Möglichkeit, wieder die Zeilenüberschriften zu wiederholen. Dann sieht es so aus. Oder eben auch entsprechend hier rauszunehmen. Dann sieht es halt so aus. Ja, und diese Funktionalität ist eben sehr, sehr angelehnt an das, was viele Leute von Pivot-Tabellen schon kennen. In der Vergangenheit war das so nicht möglich in Power BI. Zumindest nicht mit dem Standard, mit der Standardmatrix. Aber jetzt ist es halt auch verfügbar. Und gerade weil eben ganz viele Leute auch oftmals Tabellen verwenden. Ich schließe mich da selbst ein. Auch ich verwende die auch oft in Power BI, weil es eben einfach hilfreich ist. Und dann habt ihr jetzt die Möglichkeit, auf jeden Fall diese Features auch zu nutzen. Gut, dann ich hoffe, es war interessant. Und ihr könnt das entsprechend auch für euch verwenden. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst, wenn es euch gefallen hat. Auch gerne einen Kommentar. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, den Kanal abonniert. Und ansonsten hoffentlich dann, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin. Alles Gute.